So, und wir sind natürlich wieder Will. Joa. Ich hab den Cut ein bisschen... So, egal. So, wir sind wieder Will. Und wir gehen wieder... hier hoch. Nein, äh, falscher Weg. Gehend lang. Ah, wieder falscher Weg. Gehend lang. Hoh. So, wir brauchen jetzt dann natürlich wieder die Macht hier. Na, gedrückt halten. Nochmal ein Power-Slide hinterher. Ja, ähm, okay. Wie weit ist diese Mauer? Okay, hier geht's abwärts. Ja, müssen wir wohnen. Okay. Okay. Oh, nein. Nicht schon wieder. Wow. Sandwurm. Oh, wie viel Leben hat der? Oh Gott, nein. Nein. Naja, aber der ist nicht allzu mächtig wie... ...der, äh, wie die zwei Vampire. Wow. Wow, Käfer. Na, hör doch mal auf, Wurm. Na, hör doch mal auf, Wurm. Ja, hör doch mal auf, Wurm. Übermächtig gegen Will. Ich frag mich sowieso, wieso du Schaden nimmst. Wir greifen mit einer Flöte an, du Vollidiot. Egal. Was bist du? Laufende Schale? Okay, das macht mir Angst. Aber auch, ja, die ist gar nicht mal so schwer, die Schlange. Okay, wenn sie nicht gerade das macht. Na, oder das? Na, beide vernichtet. Huah. Nein, nicht schon wieder. Mann, verdammt. Diese Schlange, die ist gar nicht... Ja, ich wiederhole mich. Ich weiß gerade echt nicht, was ich sagen soll. Außer, dass sie gar nicht mal so stark ist. Ich hab mir mal einen stärkeren Gegner gewünscht. Aber, nach den Vampiren bin ich auch irgendwie ganz froh, dass sie gar nicht mal... Komm, ja, geschafft. Du hast den Sandfanger bezwungen. Eine Statue sei dein Lohn. Damit haben wir Statue Nummer 4. Fehlen noch zwei weitere. Oh, das geht zügig diesmal. Okay. Ja, such mir mal die anderen. Da ist ne Leiter. Ja. Gucken, wo er ist. Wir suchen ja Erich, ne? Ja, Erich suchen wir, genau. Keine Gegner hier, okay. Ja, das ist doch die letzte Tür. Da ist er. Und da ist Lilly. Du bist verrückt. Ich war krank vor Sorge. Wenn dir etwas zugestoßen wäre. Es tut mir schrecklich leid, aber... Ich musste Medizin für meinen Vater finden. Lass mich bitte noch mit, Lance allein will. Okay. Das ist ein Stein meiner Kette. Ich folge dir den Stein, um dich zu finden. Hier, ich gebe sie dir wieder. Lance flüstert. Ich glaube, sie liebt mich auch. Ich bin so glücklich. Hehehe. Na, dann lassen wir die beiden mal alleine. Oh. Die Romanze geht weiter. Ähm. Diese Steine. Stein verdanke ich mein Leben. Es sind Steine der Kette, die ich für dich fertigte. Es sind nur noch wenig Steine übrig. Möchtest du sie tragen? Liebevoll hängt Lance ihr die Kette um den Hals. Hahaha. Diesmal flüchte ich nicht. Es geschah alles so schnell. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Bitte sieh mich jetzt nicht an. Ich weine vor Glück. Ich habe schon immer geahnt, dass etwas Besonderes an dir ist. Nun weiß ich, was es ist. Ich möchte dir eine Antwort geben. Oh. Ich liebe dich auch. Ich möchte für immer mit dir zusammen sein. Lilly, ich habe mich noch niemals so gefühlt, als ob tausend Sterne aufleuchten würden. Mir geht es nicht anders. Gehen wir zurück ins Dorf. Sie machen sich sicher alle Russen sorgen. Ja. Ja. Keine Romanze zwischen den beiden. Das nächste Paar. Armer Seth. Er ist alleine. Er hat keinen. Warte mal, war nicht Seth, der gestorben ist? Ähm. Jetzt bin ich überfragt. Ein Krug ist schon ein seltsames Tier. Ja. Oh. Oh. Ja genau. Erich. Heute Nacht ist Vollmond. Das Dorf sieht ganz anders aus. Ich hoffe, Lance, Vater, holt sich wieder. Mein Vater liebt mich über alles. Ich denke, er wird sich langsam erholen. Westlich von ihr gibt es eine riesige Wüste. Zu Fuß und ohne Krugs werden wir sie nicht überleben. Ah. Wir müssen uns einige dieser Tiere besorgen. Ja, ich weiß, wo sie sind. Ich frage mal nach. Water Mia. Alle sind da. Ich will da auch hin. Egal. So, da sind die Krugs. Ähm. Ja. Ähm. Höchsten. Qua, qua. Qua, qua. Jo. Ich will so einen Krug haben. Ja. Na, es hat sich nichts verändert. Ich will einen Krug haben. Einen Krug. Einen Krug. Krug, Krug. Merp, merp, merp. Ein halbes Kamel, bitte. Eingepackt oder zum Mitnehmen? Beides. Ah, ich begleite Tollmann auf seiner Expedition und bin unter Droge, weil ich Medikamente genommen habe, ähm, abgelehnt habe, ähm, abgelehnt. Ja, wir müssen uns einige dieser Tiere besorgen. Ich weiß, aber, hehehe. Ja, die kinesische Medizin ist schon ein seltsamer Fall für sich. Ich weiß, ich weiß, ich häng schon wieder fest. Aha. Ist der Typ mit seinem Blatt da immer noch unterwegs? Dieses Blatt ist voll. Geh bitte woanders hin. Der Typ mit seinem Blatt schwimmt immer noch da rum. Herzlichen Glückwunsch. Ah, dieses Blatt ist voll. Geh bitte woanders hin. Ja, ich will einen Krug haben. Ich glaube, ich leg mich pennen. Ja, ähm, hallo? 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 Wo muss ich denn jetzt lang? Was muss ich da machen? Ich will so einen Krug haben. Ich will sitzen, schiebt. Er war vorher nicht da. Ich verrate dir etwas. Warte auf der rechten Seite der Spielhöhle. Ein Lotusblatt wird erscheinen. Okay. Ähm, machen wir gleich. Ähm, kurze Unterbrechung. Bis gleich, Leute. 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 Vielen Dank.